Servus liebe World of Warcraft Freunde, willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich weiß ja, dass einige von euch gerne über WoW-Marken Spielzeit kaufen und so weiter und so fort oder auch sich darüber ein bisschen die Goldkasse aufbessern. In den letzten Wochen hat sich ziemlich viel getan, was den Kurs der WoW-Marke angeht. Deswegen wollen wir uns in diesem Video der Marke mal mitnehmen. Analysieren, woran es liegt, dass sie stark im Kurs gestiegen ist und einfach ein paar Hinweise geben zum Thema, was lohnt sich gerade zu kaufen und was vielleicht eher nicht. Das Video wird gesponsert von meinem Partner Holy Energy. Ich habe es letzte Woche schon gesagt, endlich ist es da, das neue Probierpaket. Ihr kriegt tatsächlich im Vergleich zum alten alle sieben Sorten. Ihr kriegt zwei Tütchen mehr für denselben Preis. Ihr könnt euch einen Shaker dazu gönnen. Mit dem Code G655 kriegt ihr nochmal 5 Euro Rabatt. Kostenlosen Versand für Erstbesteller. Und ich kann nur sagen, es sind ein paar sehr, sehr geile Sorten dabei. Gerade jetzt für den Sommer, wenn ihr ein eisgekühltes hier, Lion's Lemonade mit Kiwi Mango oder der Strawberry Shark. Sehr, sehr nice. Blaubeere Kokosnuss, auch richtig geil. Und Raspberry Raptor. Eigentlich schmecken mir alle, aber das waren so meine Favoriten. Kann ich als zuckerfreies Getränk für den Sommer mit echt natürlichem Geschmack, ohne Zusatz, bla bla, wirklich empfehlen. Damit kommen wir zur Seite, die ich auch noch nutzen möchte für den heutigen Vergleich. BOW Token Prices. Ihr könnt darüber letzten Endes gezielt analysieren, wie sich die Preise der Tokens in den letzten Tagen, Wochen, Monaten verhalten haben. Das Ganze ist jetzt eingestellt für EU. Link dazu in der Videobeschreibung. Aber die Seite ist an und für sich relativ selbst erklärend. Wenn wir jetzt mal in-game schauen, zum Zeitpunkt, wo ich das Video aufnehme, haben wir einen Preis von 346.000 Gold pro WOW-Marke. Das ist vielleicht auch für den einen oder anderen interessant, der sich Dragonflight beispielsweise mit Gold kaufen möchte. Auch das ist möglich. Ihr könnt euch eine WOW-Marke kaufen und die dann in Battle.net Guthaben umwandeln. Aber es sind nicht diese 20 Euro, die ja dann gutgeschrieben kommt, sondern es sind 15 Euro, meine ich. Oder 13? 13 oder 15 Euro. Eins von beiden. Ich bin mir gerade leider nicht so ganz sicher, da ich das noch nicht gemacht habe oder schon sehr lange nicht mehr. Was bedeutet, wenn ihr euch Dragonflight kaufen möchtet, mithilfe eures Golds, wird es sich natürlich lohnen zuzuschlagen, wenn die WOW-Marke möglichst, weiß nicht, im Idealfall bei 98.000 Gold oder so liegt. Dann könntet ihr euch 10 Stück kaufen für eine Million Gold und hättet richtig gut haben, was ansonsten 3,46 Millionen kaufen würde. Wären wir jetzt bei 10 Marken. Ich habe den Preis jetzt oder die Anzahl nur rein zufällig genannt. Keine Ahnung. Aber wir sehen, aktuell ist der Kurs tatsächlich relativ hoch. Denn der Preis steigt so ein bisschen genau, wie Blizzard den jetzt berechnet. Glaube ich, haben sie auch noch nicht bekannt gegeben. Aber das schwankt so ein bisschen je nach Angebot und Nachfrage. Und aktuell ist es halt so, dass die Nachfrage nach den Dingern ziemlich hoch ist, da die Spieler sich viel damit kaufen können. Zum einen hast du diese Spielaufwertung auf Dragonflight. Dann gibt es das Sommernachtspaket. Nur mal als Beispiel. Es sind fast alle Store-Angebote aktuell reduziert um bis zu 50%. Es kam Diablo Immortal in diesem Monat raus, wo ich auch gelesen habe, dass viele Spieler mit WoW Gold Token gekauft haben, diese in Battle.net Guthaben umgewandelt haben und dann das Geld in den Diablo Store geblasen haben. Das teuerste Beispiel, da gab es gestern ein Video von meinem Kanal, da hat einer 50.000 Euro über WoW-Geld da reingebuttert. Holy Shit. Also, gucken wir mal, ob sich das auch anhand der Zahlen bestätigen lässt. Ihr könnt hier auch nach Regionen suchen und so weiter. Die Preise sind ja nicht pro Server, sondern letzten Endes für USA, China, Korea, Taiwan, Europa gibt es verschiedene Preise. Wenn der Preis sich aktualisiert hat, wird das auch hier auf der Homepage vermerkt. Seht ihr eben, hatten wir noch 43.000, 46.900 irgendwas. Und jetzt sind es diese 11, die wir hier auch im Spiel angezeigt bekommen. Also, das ist schon sehr, sehr, sehr aktuell um 965 Gold runtergegangen. So, hier haben wir die 7-Tages-History, also den 7-Tage-Rückblick. Da sehen wir, der teuerste Kurs in den vergangenen 7 Tagen war bei 392.000 Gold. Und das war am 22. Juni, wenn mich nicht alles täuscht. Und das war nicht der Tag, wo Dragonflight-Vorbestellung möglich war. Ich meine, das war ab Dienstag. Und da sehen wir aber, von Dienstag kommend, da können wir jetzt einfach mal hier die Ansicht umschalten, beziehungsweise auf einen anderen Tab gehen, den ich geöffnet hatte. Das sehen wir jetzt hier. Die Marke war vorher die ganze Zeit immer so bei 314.000, und auf einmal ist sie halt satt hochgeschossen. Und das war der Punkt, wo dann Dragonflight als Vorbestellung ermöglicht wurde. Hier ist der 20. Juni bei dem Strich. Dementsprechend wird dann hier der 21. oder 22. sein. Also, Dragonflight hat dafür gesorgt, dass der Preis für die Marke explodiert ist. Was heißt explodiert? Deutlich höher gegangen ist. Ansonsten war er in den vergangenen Wochen relativ konstant bei entweder 200.000, paar 90.000 oder bis zu 315.000. Hier mal 320.000 im Ende Mai. Davor kamen wir, oder waren wir bei deutlich weniger Gold. Hier Anfang Mai, Ende April so ein kleines Tief mit 270.000. Aber hier sehen wir dann auch, dass der Preis so langsam nach vor oder nach oben geklettert ist. Und das deckt sich mit Sachen, die ich gelesen habe, dass Leute WoW-Token gekauft haben für Gold, weil sie auf den Launch Release von Diablo Immortal vorbereitet sein wollten. Im Anfang Juni. Zum Beispiel der Spieler, den ich gelesen habe, der das gemacht hat mit den 50.000 US-Dollar, der hat angefangen, in der zweiten Mai-Woche meine ich, weil du halt pro Tag nur eine bestimmte Anzahl an Token kaufen kannst. Der musste das über drei Wochen machen. Also der hat fast den ganzen Mai-Token gekauft. Und wie man hier sieht, ich denke, das werden nur mehr Spieler gemacht haben zum Diablo Immortal Launch. Der Höhepunkt war dann hier erreicht. Dann hat sie es normalisiert. Und jetzt mit Dragonflight ging es dann wieder ordentlich nach oben. Also wir sehen in den letzten drei Monaten niedrigster Preis, 250.000, der höchste 392.000. Und da kann ich euch auf jeden Fall sagen, da wir das jetzt erst vor kurzem hatten, die WoW-Marke ist derzeit ziemlich teuer. Wenn ihr also überlegt, euch Dragonflight mit Spielzeug, äh, mit Spielzeug, Dragonflight mit, äh, Spielgold zu kaufen, dann würde ich euch empfehlen, wartet einfach ein bisschen. Aktuell ist sie halt sehr, sehr teuer. Übers letzte Jahr gesehen sind wir sogar gerade, äh, auf Rekordpreis-Niveau. Ja, ähm, ich bin mir ziemlich sicher, die wird jetzt auch erstmal wieder ein bisschen runtergehen. Wahrscheinlich nicht so auf das Niveau, was wir hier hatten. Aber das war halt letztes Jahr der Sommer. Wenig Spieler. Pipapo. 237.000 Gold. Das war extremst günstig. Mittlerweile war sie dann mal, naja, nicht ganz doppelt so viel. Das wären über 460.000. Aber, äh, mit knapp 400k war sie doch schon extrem teuer. Also, wenn ihr aktuell für 20 Euro ein bisschen Gold haben wollt, ist der Kurs der WoW-Marke echt ideal. Ja, wenn ihr auf legalem Wege für euer Geld sagt, komm, bevor ich jetzt sieben Stunden farme, das Geld verdiene ich im Real Life mir schneller zusammen und kaufe mir einfach die Marke und hab's effizienter und kann dann einfach spielen. Dann kauft euch jetzt die Marke. Ihr kriegt damit ziemlich, ziemlich viel. Ich würde sogar auch vermuten, wenn der Launch oder der Release von Dragonflight Fest steht, die Beta vielleicht startet, die Leute mehr dazu sehen, wird der Preis nochmal hoch gehen. Ähm, also auf diese 200, 30.000 wird er definitiv nicht runterfallen. Aber, wenn ihr für euer Geld Gold haben wollt, ist jetzt ein guter Zeitpunkt zu kaufen. Wenn ihr aber sagt, ihr wollt euer Gold in Spielzeit ummünzen oder in Guthaben für generell Blizzard, Dragonflight, WoW, dann würde ich vielleicht sagen, wartet nochmal ein bisschen. Ähm, ich glaube zwar nicht, dass sie noch, also, ich glaube nicht, dass wir in die 160.000er Bereiche kommen, wie hier. Die wird jetzt erstmal wahrscheinlich lange Zeit im 200, zwischen 250.000, 300.000 bleiben. Könnte ich mir vorstellen. Aber ihr seht es ja hier, wir hatten hier nochmal ein All-Time-High oder ein ziemliches Hoch, wenn ich da draufkomme, in, wann war das? 2018. Müsste das der BFA-Launch so ziemlich gewesen sein, würde ich jetzt mal schätzen. Ähm, also da knabbern wir schon jetzt fast dran, zu den Rekordzeiten. Und, sie ist halt sehr teuer, gerade um es umzuwandeln umzuwandeln in Guthaben. Sagen wir es mal so. Damit, danke fürs Zusehen. Ich verlinke euch die Seite in der Videobeschreibung, da könnt ihr euch einfach mal durchklicken und schauen und selber vergleichen. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen helfen. Wenn dem so ist, lasst sehr gerne ein Like und ein Abo da. Damit unterstützt ihr mich enorm und ich sage, bis zum nächsten Video. Eingehauen. 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 Eingehauen.